Pff, ja. Bitches... Bitches... Bitch, 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 bitch... Bitches... Was heißt denn Bitches? Bitches hab ich gesagt. Bitch. Wie die Schlampe, ne? Nach Englisch. Bitches. Nee, kenn ich mich. What? Ja. Du bist zum Beispiel eine andere Mutter, ich hab ihn. Scheiße. So, jetzt sag mal, wie komm man denn da hin? Ich lese das jetzt. An der Wand entlang gleiten. Ja. Ist ja ganz einfach. Ist ja, ist ja ein geiler Tipp. Du musst oben rum. Ja. Genau. Ich steh grad da drüber. Wie soll ich denn da jetzt reinkommen, bitteschön? Ich hab's ja drauf. Wie soll ich denn da reinkommen? Ja! Genau, Hölle, ist doch gar nicht. Japaner essen ja. Das ist mal wirklich... Das ist auch hier wieder so ein... Japaner-Level hier bei mir in der Hölle. Ganz ehrlich. Alter! Wenn du links, links, rechts an die Wannen springen. Ja, hab ich schon so oft versucht, ging doch auch nicht. Ja, noch ein bisschen schneller labern, ne? Komm, bist eh so langsam. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ihr habt's doch alle geschafft. Ihr seid doch solche Helden, ganz ehrlich. Hä? Hä? Taschenrechner benutzen, auch ne gute Idee. Versuch den Raketen auszuweichen. Ja, pfff. Lustig. Das beantwortet aber nicht die Frage, oder das Problem, dass ich da oben nicht reinkomme. Ja. Ja. Ja, genau. Ich hab noch nie irgendwo nachgeguckt, wie man was macht. Ja, gut. Deswegen kann ich das doch machen. Ist unfair, du kannst das nur nicht. Ja. Deswegen muss ich das ja nachmachen, weil ich das nicht kann. Ja, probiert man das, bis man das kann. Ja, genau. Weil ich ja auch Bock hab, noch 8 Millionen Stunden an einem Level zu hängen. Ja. Ja, dann ist das halt so. So, ich bleibe nah und fertig. Vor allem, weil man das ja auch direkt kann, wenn man das nachgeguckt hat bei dem Spiel hier, ne? Ich glaub auch hier. Kommst du zurück, Platzpunkt bitte? Danke. Ich hab in der Helbert aufs erste Level mit 6 Sekunden einen Abfluss bekommen. Den Rest hab ich noch kein einziges Abfluss. Ja, genau, sagst du. Hier, gehst du kacken. Ach, toll. Ja, Hund. Mhm. 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 Ja. Ganz mal am einen im Hund. Sauber. Sauber. Ja, was? Wie? Hä? Wo war's denn? Ja. Ich glaub nicht viel. Alter. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Ach, wie die mein Hund liebe. Boah, Alter, wie wir die hier abfahren, ne? Wir haben dauerhaft alle vier Bases. Was? Ich hab mich grad durch den Boden gebackt und bin dann kaputt gegangen. Und jetzt leckt das voll. Ja, genau, in die kleine Lücke hier fall ich rein, ja. Und das leckt übel, wenn ich das jetzt sch... Moment. Wo? So. Wie du mein Hund? Ja, und jetzt, sobald ich Frapp starte, neckt das so hoch. Pressplatte voll. Die ganze... Naja, hab ich doch eben gelöscht. Das ist schon ne Stunde her, Kevin. Ich hab mich da gerade vorbei gecheatet. Ja! Was denn? Was soll das denn? Der bugt sich hier einen zurecht. Geh mal nach Hause und hol Kuchen. Naja. Gleich. War gerade richtig gut, ey. Was soll das denn? Hä? Was soll das denn gehen? Was zum... Ja genau, hab da nur ein bisschen gelitten, ne? Nur... Alter, ist das ein Japaner-Level. Ah! Ich hab sie! Ja! Ich hab die Bandage! Mein Gott! Jetzt stirbst du noch irgendwo. Ach Gott. Jetzt stirbst du noch irgendwo, Kevin. Ach, mein Gott. Ich hab es. Ich hab es. Sepp, ich hab es. Genau. So, 20. Level. Genau. Naja, ist ja auch wieder gar nicht schwer. Nein. Nein. Back doch noch ein bisschen mehr. Ich will doch jetzt nur noch das hier aufnehmen. Lass mich doch nur noch das hier aufnehmen, dann kannst du dir... Ja, back dich doch durch die ganze Wand! So. Wieder. Das buggt total. Warum? Nein. Grabe nicht. Ah, jetzt fährt's kurz raus. Alter! Alter! Sepp, das ist nicht mehr normal. Hör mal! Boah! Hab ich mich erschrocken?! Boah! Hab ich mich erschrocken! Hab ich mich richtig erschrocken! Alter Schwede! Es ist gar nicht übertrieben, dieses Level! Nein, überhaupt nicht Es ist die Dark World Von diesem Level Oh Leute, ich glaube, wir gucken uns gleich mal Ein paar Level von der Dark World In der Hölle an Weil ihr meintet ja Das ist so schwer Wenn das so ist wie hier Obwohl das Einzige, was es in der Dark World gibt Was schwierig ist eigentlich Sind diese Munches Also diese schwarzen Schieß mich zu, Dinger Oh, ist das lustig Wir farmen die hier voll ab, ey Ah, gewinnst du? Wir gewinnen die ganze Zeit Wir haben noch nicht einmal verloren Ja, genau Was ist das, die ihr bietet? Nein, wir suchten Ah, okay Das könnte sogar funktionieren Ich meine, das Schöne an den Leveln Ist ja eigentlich Selbst, dass Super Meatball ja so konzipiert ist Dass es eigentlich immer Einen einfachen Weg gibt Also, ich habe das noch nie gesehen Dass bei Super Meatball eigentlich nicht irgendwie so Wenn du richtig Pro bist Es einen Weg gibt, der nicht einfach ist Also klar, die werden dann auch immer schwieriger Die einfachen Wege Aber, ähm, trotzdem Ah, alles klar Ist ja noch alles im Bereich des, ähm, möglichen Im möglichen Bereich So, jetzt gehen wir hier Und es leckt wieder Wunderbar So lässt es sich super spielen So Wie gesagt Das 20. Level Dann vielleicht noch 1, 2 Level von der Hellworld Obwohl, muss ich mal gucken Ob ich glaube, da habe ich gar keinen Bock mehr zu Warum nicht Warum nicht? Warum will ich sie haben abgefahren, äh? Richtig effig Hahaha, kaputt Ah, ich muss nachladen Piss aber Nicht A plus geschafft Aber ich habe es geschafft Immerhin Gucken wir uns das nochmal an Im Replay Und dann holen wir nochmal A plus Weil so weit weg vom A plus Können wir ja nicht sein eigentlich Weil dann muss man ja auf den Schlüssel warten Und bis zum Schlüssel Ah, okay, da habe ich Da habe ich Zeit verloren Das stimmt Ja, genau Was war das denn jetzt? Ja, okay Da habe ich Da habe ich Da habe ich Zeit verloren Alles da Habe ich mir angeguckt Kann man sagen Haben wir drüber gesprochen Und jetzt A plus Und dann Bin ich für heute mit Super Meat Boy Echt erst mal Fertig Weil dann habe ich echt keinen Bock mehr auf das Drex Game Alles klar Ich habe eine Taktik Und die werden wir jetzt auch anwenden Ja, was war das denn? Da kann man eigentlich schon neu starten Weil das schon krank ist Jetzt nochmal A plus zu machen Also Way up, way up Okay, das wäre richtig krank Jetzt ja Schaffe ich auch nicht Zack Zack Komm, mach mal direkt einen neuen Rekord Obwohl der Zapp ist ja in den Level E so immer schon schnell genug Also kann ich da auch nicht viel reißen? Na? Wollte ich mir auch für Statistik gehabt Das ist ja normal, ey Warum springst du denn nicht? Ich habe dir gesagt Wenn ich den scheiß Knopf drücke Sollst du hüpfen Warum machst du das nicht? Du musstest so A drücken, so Echt? Ja Oh danke Das wusste ich vorher nicht So, weiter abfahren Boah, ist das geil, ey Sauber A plus geschafft Ich will Punkte Ich will Punkte Ich will Punkte Dark World durch Und jetzt wollen wir mal gucken Haben wir den Zapp geschlagen Ja Ja genau Er ist wieder voll ausgerastet Sauber Alle Bandagen haben wir noch nicht Aber da habe ich jetzt auch keinen Bock zu Okay, holen wir später dann Und Moment mal Stopp, zurück Haben wir alle Warp-Zonen? Ne Ach hier Das kann man auch versuchen Glitch-Girl Hallo Glitch-Fresse Glitch-Fresse Ah, was denkst du denn? Boah Da Boah, Sepp Da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr Auf das Level dabei Habe ich erst mal den Anfang gespielt Super Glitch-Fresse Super Glitch-Fresse Habt ihr am Arsch gelitten? Aha, kaputt Ah, alles klar Das ist cool Achso, hier ist auch noch ein Schlüssel Ah, okay Von mir aus Kann ruhig Ja Okay, wir versuchen das Glitch-Level jetzt nochmal Wenn ich das noch geschafft habe, Leute Dann bin ich für heute echt zufrieden Dann haben wir Dark World im dritten Level Komplett A+, nur noch Bandagen dann da holen Obwohl in der Dark World, glaube ich Nicht mehr ganz so viele fehlen Da fehlen eher in der Light World noch einige Boah, kämmt der da echt die ganze Zeit, oder was? Die Frage ist, kann man das von da oben auch so schaffen, wie ich hätte jetzt wollen Wollen, hätte, würden, wollen, hätten, würden, wollen, hätten, würden, wollen Weiß ich nicht Keine Sorgen, Stark sind normal Aber Endgegner gebe ich ja nicht in der Dark World, ne WTF, WTF, WTF und WTF WTF, WTF und WTF WTF, 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 WTF Piddy pidi frock. Piddy pock prock. Piddy piidi frock soo. Piddy bitdi-fack. Dieы жеLEY ножт admired. Oldboy- Fuck, wie hab ich das kunti guidesmit? Wie habe ich das gemacht?